Für Ananas-Soschini-Waffeln braucht ihr folgende Zutaten. Zuerst rappe ich etwas Soschini. Eine genaue Mengenangabe kann ich hier nicht machen, dies richtet sich ganz nach eurem Geschmack. Ich finde, das hier ist eine schöne Menge für mich. Ich drücke sie noch leicht aus, damit der Teig nicht zu feucht wird. Hier muss ich aber sagen, im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich es hätte nicht machen müssen. Hier habe ich noch Ananas-Reste von meinem Ananas-Soschini. Das Video verlinke ich euch auch oben und die möchte ich auf jeden Fall nicht wegwerfen. Deswegen mache ich diese Waffeln jetzt. Eben habe ich schnell die Butter und den Zucker in die Rührschüssel gegeben und zackiwelle es. Und füge nach und nach zwei Eier dazu. Etwas Vanilleextrakt dazu. Und schon können die Soschini hinein. Das ist einfach ein tolles Rezept, um auch Soschini zu verwerten, auch wenn ihr keine Ananas haben solltet. Jetzt füge ich das Ananas-Fruchtfleisch hinzu. Das gibt eine ganz tolle fruchtige Note gleich in den Waffeln. Wie immer alles gut vermischen. Und das Mehl mit dem Teelöffel Backpulver hinzugeben. Da mir der Teig so etwas zu fest ist, gebe ich noch ein bisschen Milch dazu. Jetzt ist er perfekt für leckere Waffeln. Ich habe so ein süßes Mini-Waffeleisen. Beim ersten Benutzen fette ich es auch noch ein bisschen ein. Und schon kann es losgehen mit dem Waffelbacken. Ich wage schon mal einen kleinen Blick, aber sie braucht noch etwas. Aber jetzt endlich. Und wie ihr sehen könnt, ist es wirklich ein super Waffelteig. Ich werde jetzt schnell noch ein paar Waffeln backen und sie dann gleich warm vernaschen. Noch einmal die Waffel von Nahem für euch. Und dann muss ich mich noch 2-3 Minuten in Geduld üben. Ihr könnt selbstverständlich ein größeres Waffeleisen benutzen. Ich fand das nur sehr süß und habe es deswegen geholt. So für den kleinen Snack zwischendurch. So felle ich mich noch einmal auf. Vielen Dank.